Ready or not, here I go! Ja, ja klar Digga. Wie ihr sehen könnt, werde ich heute vom Stügge penetriert. Ja. Oh shit, Alter, was ist los? Digga, ich bin überhaupt nicht eingespielt. Ich habe mich wieder doppelt Stügge. Nee, oder? Ja, ja. Warte. Oh! Alter, ich bin so schlecht, Alter. Spielst du mit Thermal? Ja. Du bist eine Muschi. Oh, ja, Entschuldigung mal. Mein Nachbar bohrt wieder mal. Er hat richtig Bock drauf. Digga, wo bist du? Alter, ich bin... Nein. Versuch mich mal einfach so zu treffen. Hey! Geht ja. Aber den hast du mir jetzt geschenkt, oder? Nee, 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 nee. Hab ich dir nicht geschenkt, Digga. Alter, das gibt's ja nicht. Was bist du für ein Tier? Ich bin überhaupt kein Tier. Ich hoffe, das Bohren hört man nicht allzu krass. Hörst du das? Ja, ich hör's aber nur ganz schlecht. Ja, der muss... Ja, der muss... Der muss ja wirklich... Der muss genau wirklich dann... anfangen, wenn wir... Ja, das ist immer so. Genauso wie meine Mutter. Der kommt immer rein, wenn ich Video mach. Boah, wo war der hin, Alter? Alter, ich hab einfach keine Chance gegen dich. Du bist einfach ein Tier. Naja, ich würde nicht behaupten, dass... Du gibst das wahrscheinlich jeden Tag zu Hause. Oh, der Schlinge ist unsichtbar! Ey! Mann, das Bohren kotzt mich gerade so an. Sepp, erzähl mal von heute, Digga, den stressigen Ablauf. Ja, du willst mich nur ablenken, hab ich recht? Äh, ja... Das gibt's ja nicht! Ey, ne, das sieht so lächerlich aus. Das ist doch meine Wiese! Alter, das gibt's ja nicht! Ich bin auch gerade nicht viel zu Hause. So, jetzt aber. Näh! Alter, das gibt's ja nicht! Ich glaube, ich boxe einfach. Alter, ich seh dich schon wieder nicht! Wo bist du? Ah, hier! Alter, das... Alter, das ist so lächerlich, wirklich! Digga, das sieht so bescheuert aus! So, Hardscope of my life! Wo ist er? Hardscope of your life! Ja, komm! Trau dich! Trau du dich, Digga, ich challenge dich jetzt! Oh, er hat die Challenge accepted! Nein, das gibt's ja nicht! Alter, das ist wirklich... Ja, Digga! Nein, das gibt's nicht! Aber wirklich, das ist so... So irgendwie eine Regel, wenn man mit der normalen Waffe nicht umgehen kann, also so wie ich, dann sollte man Snap eigentlich generell lassen! Aber... Aber... Du Schlingel! Ne, Alter, das ist... Alter! Du fickst mich einfach, gerade! Naja, ich hab mir auch viel Vorteil, ich hab gestern ziemlich viel gesniped! Tja! Ich nicht! Tja! Ja, genau, äh, haben wir das jetzt eigentlich schon erzählt, was wir, äh, gesagt haben! Was? Ne! Was hab ich dich gefragt? Du sagst, dich lenkt dich damit ab? Ach ja, genau! Ja, du wirst egal! Erzähl du mal! Ja, also... Ja, ihr kennt ja alle Commander Krieger, ne? Und, ähm, der macht jetzt irgendwie so ein Video, dass du dich in 120, ne, 150 Sekunden, oder? 150 Sekunden? Musst du dich bei ihm vorstellen? Ja, 150 Sekunden, ne? Und... Und, äh, ein Sender Schluss ist eben bis morgen, 24 Uhr. Und wir haben heute spontan entschieden, ja... Machen wir doch ein Vorstellungsvideo! Digga, ich bin krank, Sepp ist krank, alles klar, wie sollen wir das ein Vorstellungsvideo machen? Aber, scheißegal, wir haben es irgendwie gemacht, und... Vielleicht... Joa, er sieht das Video wahrscheinlich je noch, wir laden es wahrscheinlich noch auf YouTube hoch, oder? Ja, äh, ich weiß nicht, müssen wir noch mit mich reden, aber ich... Ja, denke schon. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber... Ich würd's schon gerne hoch, noch hochladen. Aber zuerst senden wir das Ganze mal zu Commander Krieger ein, und dann... Ja... Ja, das war heute richtiger Stress, weil ich hatte nur eine Stunde ausgegangen, weil ich erkrankt bin. Ja, Digga! Und da haben wir einfach in einer Stunde ein Video hingeklatscht, was noch dazu richtig gut sein sollte. Ja, was heißt richtig gut? Ähm... Einfach ein Video, was... wo wir Spaß dran haben, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Ja. Ich mein, ja, sicher haben wir da jetzt alles gegeben, in der kurzen Zeit, was halt nicht möglich ist. Alter, das gibt es nicht. Ja, ich glaub's auch gleich! Hardscope meines Lebens. Ja, scheißegal. Boah! Ich versuch jetzt auch... Nein, das hab ich gewechselt! Oh no! Ja, geht ja. So. Aber ich hab trotzdem keine Chance, weil ich kann das in vier Minuten... Ja, du warst immer der besseren Snipen. Naja, heute nicht. Heute nicht. Heute nicht. Naja, was heißt das, der bessere Snipen? Ich würde mal sagen... Ja, Digga! Ich würde mal sagen, ähm... Nicht den Black Ops 3. Also, auf keinen Fall. Weil... Ich weiß nicht, das geht mir einfach... Zu schnell, alles. Ja, das Rumgespränge ist ja auch richtig schwer zu snipen. In Black Ops 3. Das Movement ist irgendwie ganz anders. Also, das ist echt, ja. Das Movement ist extrem. Ich würd' jetzt nicht sagen, von mir aus, dass das Movement schlecht ist. Aber... Es ist hart, ähm... Es ist hart zum Snipen. Also, in Black Ops 2 oder so, ja. Ja, okay. Es ist viel einfacher. Ich fand sowieso, dass das Spiel, wo man am besten snipen konnte, war irgendwie MP3 und Black Ops 2. Der MP3 war der Hammer. Also, der MP3 war richtig geil zum Snipen. Ja. Da haben wir sogar einen eigenen Sniper-Klang gehabt. Wie hieß die Sniper, die geile? In MP3. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Oh, no. Keine Ahnung. Zwei Minuten. Ja, ich hab's trotzdem... Ja, das hol ich nicht mehr auf. Sepp, ich probier jetzt einfach Trick Shots, ne? Ja. Ja, Digga. Warte, ich muss mein Ding... Dann machst du noch einen und dann bin ich richtig gefickt. Darf ich dich jetzt killen? Wenn du willst. Oh. Oh, meine Empfindlichkeit... Ich mach's jetzt einfach mal. Meine Empfindlichkeit, Mann, heller... Heller? Warum soll ich meine Empfindlichkeit heller stehen? Höher. So. Versprechen vor der Rush, oder was? Ne, egal. Ne, ist zu hoch. Hey. Digga, bei dir geht's zu. Bei dir geht's zu. Ich hab keine Lust mehr. Ich so arg, oder was? Ne, nicht so, aber... Ja, sonst... Ich muss... Ich... Wir haben ja dann die Aufnahme an und wenn's... Wenn man uns nicht versteht, dann... Ja. Müssen wir ein neues machen. Müssen wir nochmal aufnehmen. Wenn die alle eine Pause machen, oder so. Oh, der war gut. Ja, ich hau mal die Drohne raus. Oh shit, jetzt redet mein Controller natürlich mit. Das hab ich nicht ausgeschaltet. Die Drohne bringt sich viel bei Konstant. Aber... Ja eben, das hab ich ja gerade gemeint. Hey. Oh. So, jetzt. Der war aber... Du wirst schon wieder besser, ne? So. Die Übung kommt wieder zurück. Oh shit. Ja. Oh. Ich konzentriere mich jetzt auf ein bisschen mehr, aber... Ich habe das Gefühl... Alter. Oh no. So, jetzt aber in dein Gesicht. So, 5 kills ist ein Unterschied. Machst du dann wieder normal, wenn ich aufgeholt habe, oder? Puh. Ja, wahrscheinlich schon. Ich prepare keinen. Oh. Oh, du. Ja, Digga. Gibt's nichts. Ja, Digga. Wenn das der Last Kill ist. Ja, hat er mich. Ne, ist er nicht. Also, kann schon sein. Doch, ist er sogar, glaube ich. Und... Ja, shit. Das hast du gewonnen. Der war gut, Digga. Ja. Nein, Alter. Habe ich keine Chance mehr. Ich würde sagen, ich hab dich wieder mal... Also, wieder mal das erste Mal die Snipen, oder? Habe ich das das erste Mal gewonnen gegen dich? Im Snipen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber der war einfach so lucky. Der war so lucky. Ja, trotzdem. Trotzdem gut. Und der war nicht mal drauf? Das ist jetzt einfach die Logik von Black Ops. Ja. Ey Leute, schreibt mal in die Kommentare, wo... Also, welches COD ihr am besten zum Snipen... Also, wo es das beste Snipen war. Schreibt's mal rein. Ja, voll. Ich bin eigentlich sogar für... Ja doch, für Black Ops 2 eigentlich. Und du? Ja, eigentlich MB3. Okay. Da gehen die Meinungen auseinander. Ja, gut. Dann soll's das für heute gewesen sein. Schaut beim letzten Video rein. Stürgi? Wiederschauen.